Ja hallo, ich bin's wieder euer Charlie und ich begrüße euch zu einem neuen Pilze-Film. Er heißt Auf Pilzjagd im Sauerland und ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Natürlich ist auch mein Trüffelhund wieder dabei, der kleine Floh. Und dann schauen wir mal, ja dieses hier ist ein Buchenbestand, da wollen wir mal zuerst ein bisschen prospektieren und mal gucken, was wir da finden. Dies hier ist ein Hexenei, daraus kommt eine Stinkmorchel, die ist übrigens essbar, das Hexenei ist essbar, obwohl für mich nicht, also ich esse es nicht. Ja hier steht ein Cluster Pfifferlinge im Buchenwald, den werde ich mal abernten. Hier kann man schön die Leisten sehen, der Pfifferling gehört zu den Leistlingen. Das sind auch keine Lamellen. Ja, das ist ein falscher Pfifferling und wenn man da mal runter guckt, da kann man sehen, der hat Lamellen. Lamellen sind keine Leisten. Lamellen lassen sich übrigens auch vom Hutrand ablösen, während Leisten beim Pfifferling mit dem Hutrand verwachsen sind. Das ist hier ein falscher Pfifferling. So und ganz wichtig ist, immer ein paar stehen lassen, so kleine Knöbelchen muss man nicht mitnehmen. Da kann der Pilz sich noch aussporen und das erhält die Arten und können wir auch noch in Zukunft Pfifferlinge sammeln. Das sind keine Pfifferlinge, das sind orange-rote Semmelstoppelpilze, aber die sind noch zu klein. Ja und wenn man dann hier mal so an so einem Weg vorbeigeht, da kann man dann auch Pfifferlinge finden. So, hier ein Täubling und in der Gattung der Täublinge, da gibt es giftige, aber auch ungenießbare Arten. Die kann man aber dann am Geschmack erkennen und zwar indem man eine Messerspitze nimmt von dem Pilzfleisch, am besten aus dem Stiel, es auf die Zunge legt und dann zergehen lässt und wenn es dann brennend scharf schmeckt, sollte man den Pilz stehen lassen. Aber wie gesagt, das gilt nur und ausschließlich für den Tonpil. Oh, ein Goldröhrling, den nehme ich auch mit. Und diesen prächtigen Scheidenstreifling natürlich auch. Hier ist ein etwas älteres Marrönchen, aber ich nehme es mal mit, man kann es jetzt auch zurecht schneiden. Ja, diesen etwas angefressenen, flockenstieligen Hexenröhrling lasse ich selbstverständlich auch im Wald. In meinem letzten Film habe ich euch den flockenstieligen Hexenröhrling vorgestellt. Hier haben wir mal die andere Abart, das ist der netzstielige. Man sieht also die Netzung hier am Stiel. Dieser Pilz ist übrigens alkoholtoxisch. Das heißt also, in Verbindung mit Alkohol kann der Vergiftungen auslösen. Aber da ich ja kein Alkohol trinke, nehme ich mir den mal mit. Ja, hier steht ein flockenstieliger Hexenpilz. Ich pflück den mal. Schön ist, die Flocken zu sehen. Hier ist noch ein flocken-, ähm, ein netzstieliger Hexenpilz. Die rote Wegschnecke lässt sich hier Schwefelköpfe schmecken. Und das sind grünblättrige, also die giftige Variante. Ja, hier wachsen wieder Träublinge. Das würde ich mal sagen, die Frauenträublinge. Nehmen wir mit. Und den Älteren von den beiden lassen wir natürlich im Bein. Einmal Röhnchen. Ja, mal gucken, was das ist. Ein Champignon, wieder ein Blutägerling. Und noch mal Röhnchen. Oh, da schreckt ein Bock. Noch eine Hexe, diesmal ein flockenstieliger. Ein Fichtenblutreizker. Den nehmen wir mit. Auch hier Fichtenblutreizker. Na, hast du dich einparfümiert an der Backe? Ja, da geht man so durch den Wald, da trifft man den Jörn. Und der hat auch schon ein Körbchen voll. Naja, voll ist übertrieben, aber so ein paar für Verlänger. Ja, so ein paar hat er gefunden. Yes. So, hier haben wir einen ungenießbaren Schwammpilz. Das ist der Porphy-Röhrling. Sieht an so einem fast angeschwärzten Stiel und schwarzen Schwamm. Ja, und so sieht er dann aus, wenn er im Walde steht. Der ist ungenießbar. Ja. Such den Trüffelfloh. Ja, der Björn, der kommt jetzt noch mal mit. Ja, macht das wieder Kasper rein. Ja, das ist ein grauer Wulstling. Ich heb den mal raus. Ja, normalerweise hat er auch oben so weiße Flecken. Aber wie man sieht, schneeweiße Lamellen. Unten die Knolle, wo man erkennen kann, dass der zu den Knollenbetterpilzen gehört. Ja. Dieser Pilz gilt als ungenießbar. Ist aber nicht giftig. Das heißt, im Krieg wurde der gegessen. Im Krieg, wo es nichts zu fressen gab, da haben wir den gegessen. Das ist ein Perlpilz. Ich flück den mal ab. Im Gegensatz zum grauen Wulstling ist der immer so ein bisschen rosa. Ja, man sieht auch die Riefung, wie er die an der Manschette runterläuft. Sehr gut. Ja, Stinkmarcheln wachsen hier. Ja, hier an einer Birke. Sechs ein Probirkenpilzer, aber die sind auch schon zu alt. Sie dürfen nicht stehen bleiben und aussporen. Das ist mal sehr interessant. Wir haben zwei Binsen-Schalme, ein Blatt durchbohrt. So Leute, wir sind fertig mit dem Pilz zu suchen. Ja, wir haben einigermaßen gut gefunden. Ja, der Björn, der fährt jetzt auch wieder nach Hause. Ich auch. Und mein Trüffelhund Flo, der sieht so aus, als hätte er mal ein Bad nötig. Auch wenn er jetzt gleich widerstrebend da wohl reingehen wird. Gut, ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ein Trüff, Trüff, euer Charlie. Bis zum nächsten Mal.